Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Dead Space 3. Ich bin der Jan und mit dabei ist der Timo. Mahalo! Mal gucken, was hier in den Gewölben so noch offen ist. Haben wir eigentlich einen Partner-Look an? Haben wir? Ja. Jetzt hatten wir immer unterschiedliche Clubs. Stimmt. Bis auf Helm sieht der ziemlich ähnlich aus. Bei dir mehr Wut? Naja. Mhm. Haben wir das Mode-Thema für heute auch beendet? Richtig. Wo bist du allah? Gehen wir da nochmal? B? Ja. Okay. Man merkt ja schon länger, dass ich mich hier aufgeta... Ah! Ah! Inklubiere kleine Küche. Und ein großes Monster. Ich glaube ich hab die falsche Waffe ausgewählt. Äh. 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 Oh shit. Ich konnte schon nochmal... Oh! 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 Ich hab aber seine... ...Bliegmassen echt verhalten, oder? So! Äh. Jetzt ist der Arm ab. Muss er hin? Oh! Äh. Habe ich denn so viel Schaden? Ah! Die kleinen explodieren doch wieder. Pass auf! Oh shit. Ich bin direkt dann verkacken. Du wirst es mir die Waffe wechseln. Das ist ja totaler Bullshit. Äh. Ich weiß ja. Also ich hab auch immer noch diesen Standardkatter, weil der ist echt am effektivsten, oder? Ich hab das Gefühl. Ab und zu mal mit dem Raketenmeerfall einer, wenn mehrere kommen, aber... Oh generell... ...ist dieser Pressmarkatter schon ziemlich cool. Eigentlich schon. Kannst du jetzt sauber die Gliedmaße mit abtrennen und auch genau die, die du abzutrennen willst. ...ist der Fallschmer. Ach guck mal... ...nach guck mal. Ein Superbött! Hallo! Ja, ein kleiner Schweig! Wo ist es? Gott, ich muss erst mal hier an die Schreie hochgewöhnen. Wo ist es jetzt mal ein paar? Wo ist es jetzt mal ein paar? Was? So! Du alt Pfeil, das ist super. Na, hier wieder. Man kann nicht auf den schießen. Guck mal, da steht auch die Lösung. Wir sind so doof. Das habe ich mir selber mal gesehen. Das habe ich den einen Tag gesehen. Da habe ich mir nämlich mal unsere Videos angeguckt. Da unten steht die Lösung. Und wir fummeln hier drei Jahre lang rum. Man kann es sich doch schwer machen, wenn man es einfach macht. Ja, eben. Aber irgendwie... Das stimmt ja noch nicht. Hier auf dem Boden meinst du, ne? Ja. Hm. Wo das genau so aussieht. Ach so. Ach so. Ich muss halt nochmal drauf drücken. Wie konnte man denn nochmal direkt ein, ähm, Lebensenergie-Dingen hier aufsaugen? Gedöns. Gedöns. Moped. Kuh. Kuh. Ah ja. Okay. Sehr gut. Machen wir mal Saft an hier und zack. So. Beeren muss ich keine. Oh Gott. Wie geht das denn? Das war halt. Ja, halt. Und? Ah ja. Ah, hier. Ne. Oh oh. Irgendwas. Äh. Äh. Scheiße. Äh. Äh. Wo denn? Ja, hier. Ah scheiße. Ach hier. Ja. Das ist glaube ich tot. Ja. Hat auch was gedroppt. Es hat gedroppt. Wo müssen wir jetzt denn hin? Nach oben irgendwie. Durch das Loch. Oh oh. Irgendwo da. Ah, hier ist ne Kiste. Munizio. Äh. Noch mehr Munizio. Ich glaub jetzt geht's hier weiter. Äh. Ne. Ne, geht's nicht weiter. Ich find's voll kacke. Kann man sich nicht eigentlich auf der Stelle drehen? Ah, doch. Hier geht's weiter. Ah, hier ist ja immer wieder so ein Viech. Ja. Ich seh es nicht. Jetzt sind wir irgendwie immer noch nicht. Ganz richtig. Ich geh noch hoch. Ich höre es. Ich seh's auch noch nicht. Ja, ja. Ach da. Ja, da. Ein Loch drin oder so. Ah da. Mein. Blödes Viech. Schieße Viecher. Die find's aber total klasse in der Schwere... Schwierige Vorsigkeit. Schwierige Vorsigkeit. Ja. Diese Viecher hast du immer irgendwie in der Schwere. Ja. Nein, hässlichen Schießeviecher. Irgendwie ist das immer fast das gleiche Zeichen. Und da steht's an der Wand. Ja. Ja. Das ist so ziemlich das gleiche. Das ist nur noch mit der Zeichen falsch. Jetzt. Dann auf enter? Ne auf ee abspielen. Fuck. Warte hab ich falsch gemacht. Welche stimmt nicht? Das linke. Das ist falsch rum. Ja. Halt rein. So will ich mal... so ein bisschen Schwierigkeiten mit reinbringen können. Das ist ja wie bei so einer Gainshow. Wie sie dann fragen. Keiner hat. Wie reicht das? Was für ein Wort suchen wir und es fehlt genau ein Buchstaben. Ja stimmt. Hast recht. Aber für mich ist das schwer genug. Das ist... Ausreichend, ja. Na gut. Die Ballerei und so, das ist schon nicht ohne das Zeug. Was ist das hier? Ach, du Scheiße. Sei ein Mammu-Pussy. Ja! Alter. Ich bin Sparta. Geil. Alles klar. Ich höre etwas. Explosionen, Explosionen. Sodiere Scheiße. Viecher. Zeug. Ja, noch Kilometer entfernt die Viecher. Hier liegt etwas. Noch mal Schild rum angemacht. Oh, hier ist eine Anzugstation. Vielleicht gibt es hier... Nee! Epic-Standard-Namen, oder was? Gab es den gerade? Ja. Da war Lilla. Eliter-Anzug beigestaltet. Es gibt einen neuen? Äh... Nein. Ich will nicht. Arschloch. Ich will auch. Ja, ich möchte Eliter-Anzug tragen. Nein. Ich habe schon wieder das Behindert-Tutorial. Äh... Komm schon. Bitter für den Arsch. Raus hier. Ja. Verdammtes Ding. Ey. Das nervt sowas von. Das ist nicht das Ding, was ich vorher getragen habe. Das ist das, was du an hast, oder? Ja. Ich mach doch mal Schild. Das ist doch nicht weg. Ich will aber... Ich will doch mal... Ich will doch mal... Ich will doch mal gucken. Halt doch mal Schild. Ja, das ist genau so. Stimmt. In dem... In dem du Uhren hast. Merkwürdig. Ich mag, dass du dir jetzt einen anderen Bein schalte. Du hast nur jetzt hier, äh... Wer kommt da? Nur in die Ecke. Ja. Ich hier, ich hier. Elite... Nee, ich seh. Eliteanzug. Ist das der Eliteanzug gewesen? Bei mir ist er das gewesen, ja. Stand da hier grad, äh... Blabla freigeschaltet? Ja, so. Ja, dann ist das so. Oh, ja. Dann geht der Tisch. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Und... Wir schauen raus. Irgendwie anders. Hm. Na dann. Oh, Partnerlook. Ich fühl anders irgendwie, ne? Der Helm ist ein bisschen anders, ja. Ich. Ich lass mal an die coolere Helm als ich dir. Ja. Nee, ja. Du trägst ja jetzt grad den Helm, den ich grade aufhatt. Hehehe. Äh, äh... Sollen wir hier nochmal eben hochgehen? Ja, hier muss ich fahren. Ja. Hm. Hier ist eh nix. Wir müssen auf jeden Fall mit dem Fahrstuhl hoch. Fahrstuhl. Auf jetzt. Juppe. Ich bin gespannt, ob wir hier gleich gegen eins von diesen verdammt riesigen Viechern kämpfen müssen. Ja, das ist schon echt gigantisch, ey. Genau. Ja, die sehen die aber zum Glück alle tot aus. Ich fänd's aber schade, wenn man was durch haben will, dass das echt ein geiler Korb. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Unglaublich, oder? Verdammt wenig, äh... Spielleser, wo wir im Korb haben. Eine der vielen Verbindungen direkt am Herzen der Maschine. Ohne den Codex kann ich nur spekulieren, aber ich vermute die Maschine muss geöffnet werden. Huchsen da. Na, wir machen das mal hübsch hier. Verbiegen wir die Dinger? Bekannt wahr. So, wir müssen hier in die obere... Dingens... Oder so ähnlich. Was soll das also aussehen wie die überprüfen? Eine andere nimmt Änderungen an der internen Programmierung vor. Sobald sie offen sind und sie alle meine Forschungsergebnisse befolgt haben, müssen die Dinger Tests beklären, um die letzten... Also einmal müssen wir... Ja, welches denn von den beiden Bildern? Warte. Nehmen wir mal das äußere. Ich teile es nur noch die nach ganz oben. Nein, mach den mal. So. Boah, ist was passiert. Cool. Ist da jetzt bei den anderen Bildern passiert? Wenn wir das herausfinden. Oh. Oh. Ganz viele Wale. Okay. So. Wollen wir trotzdem mal spaßteil das andere Bildchen machen? Jo. 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 Ach. Den glaube ich nicht mehr, oder? Doch. Den hinteren erwische ich nicht. Hö, ich kann hier nichts. Stimmt. Aber bei den hinteren kriege ich auch nicht. Der ist doch weg, die Kugel. Ich sehe die Kugel gar nicht bei dem hinteren. Jetzt sehe ich sie wieder. Achso, man muss hier auf dem Ding drauf sein. Ach, jetzt verstehe ich auch wieder das hier. Was? Ja, schon gut. Irgendwie. Geht das nicht mehr. Ach egal. Komm. Das ist die Dinger irgendwie nicht mehr. Vielleicht ist das ein unterschiedliches Ende. Je nachdem welche Konfirmation man da genommen hätte. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Hier geht nichts weiter. Mach mal auf. Ach ja. E. Das ist nur gedrückt. F. Amateur. F wie Loser. Da ist das Loser, Alter. Scheiße. Aber immerhin. Oh oh. Was? Ist das für ein Geräusch? Äh, hier. Fällt das mal uns da. Oh nein, die Fetten, ja. Oh, noch einer. Der schießt aber noch. Achso, der schießt die Kleinen. Komm mal weiter hoch. Da ist noch einer neben dir. Shit. Äh, gar nicht gut. Das hat Willen. Ja, nicht. Wir sind heute. Ach so. Ah, scheiße. Wicke, wicke, wicke. Guck mal schön die Suchabotts ausgepackt. Hehehe. Wo willst du denn hin? Das war fissig, dass wir einen auf dicke Hose machen, weißt du? Ist da noch einer rausgekommen? Ne, einer ist da noch einer. Okay. Mal nachladen. Oh. Ich hab dich immer weggesprengt. Ja. Das hab ich auch schon mal. Merkmal. Krass, krass, krass. Okay, wir müssen die Sachen hier einsammeln. Irgendwo? Nö, das war's glaube ich. Nicht schlecht, die Viecherchen. Die Viecherchen-Sachen. Okay. Platt nachladen. Dann wechsel ich aber trotzdem wieder auf die andere Waffe. Okay. Schön, Munition koste ich gerade. Hm. Warte auf Partner. Dein Partner wartet auf dich, aber wie lösen wir das jetzt? Du müsstest hier auf diese Stelle gucken. Nee. Doch. Echt? Ja. Das Spiel ist voll schlau. Kacke. Kacke. Yeah. Ach nein. Jetzt fehlt Hadaway-Musik. Know what I mean? Ja. Das wär jetzt mal wieder richtig schön, ne? Baby, don't hurt me. No more. Uh oh. Wo? Okay. Geil. Wo steht die Lösung? Ich weiß nicht. Ich seh sie nicht. Ich seh sie nicht. Ich seh ich. Oh, das ist aber ein bisschen tricky hier, weil... Ja, ich weiß. Ähm. Ja, ich kann nicht nach oben rum von hier. Ja, warte. Der in der Mitte ist noch falsch. Da muss ein einziger nach unten. Nee, der links ist ja auch nicht richtig. Stimmt. Da muss nur einer nach oben. Wo? Nee, der in der Mitte. Der ist noch falsch. Da muss einer nach unten. Der links war richtig. Ja, welcher ist denn links? Ja, links ist der auf der Anzeige links. Alter, was muss ich denn links haben? Erklär mal das Symbol. Da muss einer nach oben und zwei Striche da drunter. Danke. Das, was du jetzt hast. Der in der Mitte ist jetzt richtig. Ja. Und der rechts ist auch richtig. Ja. Welcher? Der, der Link? Wer ist denn links? Ja. Ja. Wir machen besser. Nee, 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 nee. Hey, da einmal mit Profis zocken, echt. Ich will knicken. Ja, das gibt's hier nicht. Mach dich hier auf ein ordentlichen Incoming gefasst. Ach du Scheiße, die kick ich hier mal wieder. Hast du, du feierst dein Outcoming? Nein, das ist einfach nicht auf ein Incoming gefasst, nicht auf ein Outcoming. Superstarse! Priss meine Superstarse! Da haben wir ordentlich einen Satz gemacht. Nein, nicht nachladen. Auch nicht auf den Boden stampfen. Alter, wie viele denn noch? Und wie scheiß ich hier denn her? So, haben wir's bald? Oh, musst du mal nachfahren. Das leuchtet rot, ne? Wer war hier? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Das ist wieder ein Irrlicht. Naja, plus zwei Nachladen, plus zwei Schaden, das ist auch nice. Allerdings. Wie geht's denn jetzt zu lange? Was haben wir denn hier für komische Flächen wieder überall? Hey, Cover! Ich wette mit diesem super aufgeladenen Effekt, können wir den Necromos Gliedmaßentartikel abacken, während sie sich noch bewegen. Perfekt! Danke für den Tipp! Ja, dann können wir den die Gliedmaßen abziehen, wenn wir hier drin stehen. Okay. Ja. Gibt das her, das gehört jetzt mir. Wir können jetzt alle gehen, aber eure Gliedmaßen, das gehört mir. Haha. Welcher Film? Keine Ahnung. Welcher Film denn? Dann bist du raus. Kill Bill. Okay. Und jetzt? Müssen wir weiterlaufen. Follow me. Oh, hier ist wieder ein Eiffel. Oder kommen wir da her? Nee, dann kommen wir her, ne? Ja, ich komme mal her. Nee, kommen wir... Ja, da kommen wir her, wo du bist. Ja, genau. Und hier hinten müssen wir wahrscheinlich über deine Follow me lachen. Nein. Gibt er nicht. So, ich erkläre dir jetzt mal, wo links ist. Okay. Was haben wir denn da oben? Das letzte sieht man nicht. Dann versteht du auch. Das letzte kann man nicht erkennen. Ja. Geh mal ran. So, links ist das linke dann. Das linke. Ja. Links sind drei Striche oben, zwei nach oben. Also drei. Drei. Zwei. Weil die nach unten gucken. Okay. Und das in der Mitte? Drei so, äh, seit recht. Waagerecht, meine ich. Ähm. Genau. In der Mitte sind zwei waagerecht, einer nach oben, wenn ich das hier nicht so sehe. Okay. Und das müsste, das musst du ausprobieren. Hab ich. Okay. Okay. Kannst ja doch was. Ja. Ja. Ich kann nichts. Nicht viel, aber etwas. Oh, was ist das denn? Säurebart. Cool. So. Das ist. Komm mit ihm ein Säurebart. Gab's ja nicht mal so ne Scheiß-Tektonate. Was? Keine Ahnung. Säurebart. Na doch. Könnte sein. Gleich, äh, neben Zülibart. Mhm. Ja, wir bauen uns die Waffe Zülibart. Zülibart-Waffe. Zülibart-Waffe. Geil. Die schießt nur, äh, auf die unteren Bereiche des Körpers. Nee. Geil. Hier geht's weiter. Nö. Das ist tot. Hast du kaputt gemacht? Hab ich gesehen. Die Wahlsprache ist ein bisschen nervig, hätten sich aber da nicht überlegen können. Es ist wahlisch. Oh, hier ist ein Scanner. Alter, ich habe noch einen hinter mir. Dauer. IC ist rot. Die Stücke. Oh, hier ist ein Textblock, nehmen wir mal auf. Mach schon mal den Säft an. Ja, wahrscheinlich müssen wir den Säft erstmal anmachen und dann können wir hinten das Türchen auch noch machen. Das kann natürlich sein. So, wie immer, wer ist das zu lesen? Hier ist es. Hier ist es. Das passt. Das passt. Reingehauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.